Geek Talk, der europäische Tech-Podcast. Einen schönen guten Morgen. Hier ist der Achim und das ist der Geek Talk Daily für Dienstag, den 5. Februar. Heute haben wir dabei WhatsApp, Periscope, YouTube, Slack und Flickr. Beginnen tun wir mit WhatsApp. Die haben nämlich ein neues Feature für Nutzer von iOS. Denn mit dem letzten Update, was gestern herausgekommen ist, kann man nun Face ID bzw. Touch ID als zusätzliches Sicherheitsmerkmal aktivieren. Ganz einfach, wenn man unter Account in Datenschutz und Bildschirmsperre reingeht, da kann man nun festlegen, dass nach einer Minute, 15 Minuten oder einer Stunde eine Sperre eingreift und dann muss man sich entsprechend mit Face ID oder Touch ID wieder verifizieren. Sprich, andere Leute können mit dem Telefon arbeiten, aber entsprechend dann nicht mit WhatsApp. Außer natürlich, das Telefon ist generell mit Touch ID oder Face ID gesperrt und dir gibt das eh nicht raus. Schönes Feature, finde ich gut, sollten mehr Apps generell machen. Anderes Feature, andere App, das ist Periscope. Periscope, der Live-Streaming-Videodienst von Twitter, der hat jetzt eine neue Funktion rausgebracht bzw. erweitert. Sie haben ja bereits schon im letzten Jahr damit experimentiert, dass man reinen Ton, also reine Audio-Streams machen kann. So eine Art, ja, ist jetzt nicht so bloß gemeint, aber ich sag mal Podcast für Arme. Und jetzt mittlerweile haben sie eben ein bisschen dran gearbeitet und haben es so rausgebracht, dass man jetzt, wenn man iOS oder Android benutzt, eben nicht auf dem Desktop, also iOS oder Android, dann kann man damit so eine Art Radio-Talkshow machen, in dem nämlich die Zuhörer sich beteiligen können und entsprechend auch mit Sprache beteiligen, also nicht nur mit Text oder Herzchen oder was auch immer, sondern wirklich, man kann sich beteiligen, der Host kann wie ein Moderator darauf eingehen und das Feature ist eigentlich noch in so einer Experimentierphase, wie Periscope sagt, wird aber trotz allem rausgepusht an alle iOS- und Android-Nutzer, also von daher, wenn er Bock drauf hat, probiert es doch mal aus. Vielleicht macht der Martin und ich das auch einmal, vielleicht auch mit euch. Schauen wir mal. Nächste App, und zwar YouTube, die hatten im letzten Jahr schon mit einem Prozent aller iPhone-YouTube-Nutzer einen neuen Bereich getestet, und zwar den Bereich Explore, in Deutsch Entdecken, der ähnlich wie der Bereich Explore bzw. Entdecken von Instagram funktionieren soll. Sprich, die für euch eventuell relevanten, interessanten, in dem Fall YouTuber, werden euch vorgestellt, und zwar nicht nur die großen Bekannten, sondern auch kleine, und so möchte YouTube einfach mehr Content verbreiten. Und das wird jetzt ein bisschen ausgerollt, und zwar an noch mehr iPhones, noch mehr iPads, Android-Phones und Android-Tablets und auch auf dem Desktop. Ich selber habe gerade mal geguckt, ich habe die Funktion noch nicht aktiv, bin aber mal gespannt, und vielleicht habt ihr sie schon, dann schaut mal rein, und ja, lasst uns doch mal hören, ob ihr da was Interessantes entdeckt. Nächste App, also heute ist ja wirklich eine App nach der anderen, die App Slack, die ist ja so für Unternehmenskommunikation, aber mittlerweile wird die ja auch für alles Mögliche benutzt. Wir hatten auch schon mal einen Slack-Kanal, glaube ich, für die Republika, das ist eine Konferenz. Naja, Slack, da kann man kommunizieren, hin und her, und Slack ist sehr erfolgreich. Die haben mittlerweile mehr als eine Milliarde Venture Capital, ja, geraced, und die haben jetzt still und heimlich nämlich den Börsengang vorbereitet. Die haben nämlich jetzt bei der SEC, das ist die amerikanische Börsenaufsicht, entsprechende Papiere eingereicht und gesagt, dass sie irgendwann später in diesem Jahr auch an die Börse gehen. Tja, keine große Verwunderung, irgendwann wollen die ganzen Investoren ja auch Geld verdienen, und ja, schauen wir mal, wenn das kommt, wir geben euch Bescheid. Und zu guter Letzt, Flickr, der Fotodienst, der früher immer sehr populär war, ich habe den auch sehr aktiv benutzt und teilweise sogar wie ein Social Network, viele Freunde auf der ganzen Welt mit Fotos gefunden, die gehörten ja zu Yahoo und mittlerweile sind sie bei SmugMug gelandet und die hatten schon angekündigt, dass die freien Nutzer, also die, die nichts zahlen für die Plattform, dass die ein 1000 Item Limit bekommen, also 1000 Fotos, Schrägstrich Videos, können sie hochladen und mehr nicht. Und am 5. Februar, genau, das ist heute, da greift das knallhart und dann werden nämlich Flickr-Fotos gelöscht und Videos natürlich auch. Außer sie fallen unter die Creative Commons License, die bleiben drin, aber man kann nicht mehr Bilder hochladen als dieses 1000 Elemente Limit. So, damit möchten die wohl erreichen, dass man entsprechend, ja, 50 Dollar im Jahr zahlt, damit man es nutzen kann. Ich glaube, Flickr war schon ein Dienst, der sein Geld wert war. Ob man jetzt wirklich so knallhart, ja, da so zwischenschlagen muss, steht auf einem anderen Blatt, aber, naja, schauen wir mal. Wenn ihr bei Flickr seid, schaut heute mal rein. Nicht, dass eure Bilder weg sind, aber eigentlich wahrscheinlich, wenn ihr es hört, ist es dann eh schon zu spät. Ich hoffe, ihr habt es vorher mitbekommen. Ja, und das war es auch für heute. Ich wünsche euch einen guten Dienstag, habt einen schönen Arbeits- oder Schultag. Bleibt positiv und wir hören uns dann morgen wieder. Ciao, ciao. Hört mehr Geek Talk.